Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wie eigentlich so smarte Steckdosen funktionieren, was es für verschiedene Arten von smarten Steckdosen es eigentlich gibt und was für euren konkreten Anwendungsfall genau das Richtige ist, dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig. Denn in der ersten Folge von How to Smart Home stelle ich euch verschiedene Einstiegslösungen für smarte Steckdosen vor, damit ihr genau wisst, wonach ihr suchen müsst. Auf geht's! Eine Steckdose ist erstmal ein Stromauslass aus der Wand. Bei uns in Deutschland mit einem Schutzkontaktstecker. Das heißt, man kann jedes beliebige Gerät in jede beliebige Steckdose reinstecken. Es hat genau die Menge an Strom, die es braucht und man kann das Gerät manuell ein- und ausschalten. Eine smarte Steckdose zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur plump den Status eingesteckt, ausgesteckt kennt, sondern aus der Ferne gesteuert werden kann. Sie kann die Menge an Strom messen, die durch sie durchfließt, sie kann eine Zeitschaltuhr beinhalten und sie kann Automationen ausführen. Aus diesem Grund sind smarte Steckdosen ein ziemlich beliebter Einstieg in die Smart Home Welt. Denn solche Steckdosen bekommt man schon ab um die 10 Euro und man kann relativ viel damit machen. Man kann sie über das Handy steuern, man kann sie mit Bewegungsmeldern koppeln oder man kann, wie gesagt, Automationen darüber laufen lassen. Doch wenn ich sage, dass es sie schon ab 10 Euro gibt, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Denn wenn ihr bei Amazon mal smarte Steckdose eingebt, dann bekommt ihr seitenweise Ergebnisse. Und was es da jetzt für Unterschiede gibt, das wollen wir mal herausarbeiten. Ich habe hier die gängigsten Arten an smarten Steckdosen einmal zusammengelegt. Wir haben zwei WLAN-Steckdosen, eine Zigbee-Steckdose und eine Infrarot-Steckdose. Das sind so die gängigsten Typen, die man bekommt und die gängigsten Anschluss- und Kommunikationsmöglichkeiten. Fangen wir mal mit der WLAN-Steckdose an. Wie gesagt, das hier sind zwei Varianten einer WLAN-Steckdose. Die eine kommt direkt von Amazon und ist mit Amazons Sprachassistenten direkt gekoppelt. Und die andere ist eine von einem Drittanbieter. Damit ihr eine WLAN-Steckdose steuern könnt, braucht sie irgendeine Schnittstelle, um gesteuert zu werden. In der Regel ist der erste Anlaufpunkt dafür eine App, die ihr auf euer Smartphone runterladen könnt. Die meisten Apps für solche smarten Steckdosen gibt es sowohl für Android als auch für iOS. Das heißt, ihr könnt irgendeinen QR-Code auf dieser Steckdose scannen, dann wird automatisch die App heruntergeladen und ihr könnt sie einrichten. Die Einrichtung läuft auch in den meisten Fällen gleich. Ihr steckt diese Steckdose in eine bestehende normale Steckdose hinein. Dann fängt sie irgendwie an zu blinken. Ihr geht mit eurem Handy, mit der gerade runtergeladenen App, in die Nähe dieser Steckdose, startet einen Suchmodus und meistens wird dann über Bluetooth diese Steckdose gefunden. Dann gebt ihr euer WLAN-Passwort ein. Das solltet ihr also zur Hand haben. Und dann wählt sich die Steckdose ganz von alleine in euer WLAN-Netzwerk ein. Das heißt, wenn ihr jetzt im Router guckt, habt ihr ein weiteres Gerät in eurem Netzwerk. Und die Steckdose ist jetzt über das Internet mit dem Server des Herstellers und eurem Handy verbunden. Die Steuerung läuft also durch einen Eingabeimpuls auf dem Handy, auf den Server des Anbieters, hin zu eurem Netzwerk und dann hin zur Steckdose. In den meisten Apps für solche Steckdosen gibt es dann auch einen Punkt für Drittanbieter-Software oder Sprachassistenten. Dahinter verbergen sich dann Apple HomeKit, Google Assistant oder Amazon Alexa. Und dort könnt ihr euch dann für einen der Dienste registrieren. Die meisten Steckdosen sind mit Google Home und Alexa kompatibel. Die wenigsten mit Apple HomeKit. Das heißt, wenn ihr schon viele Apple-Geräte habt, vielleicht auch ein HomePod zu Hause, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, euch eine HomeKit-spezifische Steckdose zuzulegen. Die hat dann hier so einen kleinen Sticker drauf und dann könnt ihr die direkt in euer HomeKit-Netzwerk einbinden. Wie das Ganze mit Meta funktioniert, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Bei dieser Alexa-Steckdose ist es zum Beispiel so, dass diese direkt vorkonfiguriert ist. Das heißt, ihr steckt sie nur zu Hause in eure Steckdose ein, geht in die Alexa-App und direkt dort wird diese neue Steckdose angezeigt und ihr könnt ihr einen Namen geben. Ihr müsst also kein WLAN-Passwort etc. mehr eingeben und sie ist auch direkt mit Alexa verknüpft. Das heißt, ihr könnt einen Befehl geben und dann zum Beispiel eine Lampe einstecken und diese ein- und ausschalten. Der primäre Vorteil von WLAN-Steckdosen ist, dass sie wirklich günstig in der Anschaffung sind. Ihr könnt euch das ganze Haus damit voll flastern und habt bestimmt 10 Steckdosen für unter 100 Euro bekommen. Aber dafür seid ihr immer an euer WLAN-Netzwerk gebunden. Das bedeutet, wenn sich euer WLAN-Netzwerk einmal ändert, dürft ihr sämtliche Steckdosen neu anlernen. Das bedeutet auch, ihr seid an die Reichweite des Netzwerks gebunden. Und das bedeutet vor allem, dass ihr an eine Drittanbieter-App und an einen Drittanbieter-Server gebunden seid. Ihr könnt also Stand jetzt in den wenigsten Fällen hingehen und die Steckdosen mit anderen Apps verbinden. Manchmal hat man Glück und verschiedene gekaufte Steckdosen setzen alle auf den Tuya-Standard. Und die Apps, mit denen sie verbunden ist, sind praktisch gleich aufgebaut. Dann kann es sein, dass man zwei verschiedene Steckdosen von zwei verschiedenen Herstellern in der gleichen App verbinden kann. Das ist aber eine Glückssache und eine ziemliche Futelei. Deswegen sind WLAN-Steckdosen langfristig, wenn man vorhat, ein großes Netzwerk aufzubauen, nicht unbedingt die beste Option. Wer jetzt sagt, boah, in meinem WLAN möchte ich nichts drin haben, das soll nicht blockiert werden, da soll kein Server irgendwas mit was zu tun haben, dann kann man natürlich sagen, man geht auf so eine Infrarot-Steckdose. Hier habe ich eine von Smartwares. Die lässt sich dann über einen solchen Kippschalter ein- und ausschalten. Da gibt es auch Fernbedienungen für. Und über diese Schalter und Fernbedienungen lassen sich sehr, sehr viele Steckdosen in einem Raum verbinden. Die Reichweite ist wirklich gut und geht durch Räume quer durch, auch wenn die Steckdosen hinter Regalen versteckt sind. Allerdings habt ihr dadurch eben keinerlei smarte Anbindung. Ihr habt die Verbindung zwischen Schalter und Steckdose und könnt damit Geräte ein- und ausschalten. Was nicht geht, ist euer Handy zum Beispiel zu verbinden oder den Stromverbrauch hiervon zu messen, sondern es ist wirklich eine sehr einfache Verbindung. Aber ihr könnt auf diese Weise eine Fernsteuerung für Lampen oder sonstige Geräte nachrüsten, die so keine Fernbedienungen haben. Zum Beispiel eine große Stehlampe, wo man immer irgendwie hinter das Sofa klettern müsste, um sie einzuschalten, kann man über so eine Kombination lokal direkt smart nachrüsten. Falls jemand von euch schon ein großes Netzwerk an solchen IR-Steckdosen hat, dann gibt es die Möglichkeit, einen IR-Sender nachzurüsten. Das ist dann ein kleines Gerät, was allerdings wieder im WLAN hängt, was sich mit eurem Handy verbindet und dann Infrarotstrahlen in alle Richtungen aussenden kann. Und je nachdem, welche Frequenz diese Steckdosen aufnehmen, werden ihnen nur die Steckdosen angesteuert. Und ihr könnt dadurch zum Beispiel festlegen, dass ihr euren Fernseher, euren Beamer, eure Steckdosen, eure Lampen etc. über ein kleines, smartes Gerät steuert, das dann mit eurem Handy verbunden ist. Auf diese Weise habt ihr allerdings wieder ein Gerät im WLAN. Und gerade die Einrichtung der verschiedenen Codes in dem Sender ist für sehr, sehr viele verschiedene Geräte dann durchaus etwas komplexer. Am Ende könnt ihr euch einen Broadlink wie eine Universalfernbindung für euren Fernseher vorstellen, bei der ihr ganz viele Codes für alle verschiedenen Geräte im Wohnzimmer einprogrammiert. Nur eben, dass ihr jetzt über das Handy alles steuern könnt. Kommen wir damit zur letzten Kategorie, zu den Zigbee-Steckdosen. Zigbee ist ein Funkstandard, der von Signify, also von Philips Hue, entwickelt wurde und der primär dazu dient, smarte Beleuchtung zu steuern. Allerdings können auch sehr, sehr viele andere Geräte, wie zum Beispiel eben Steckdosen, über Zigbee angesteuert werden. Das Ganze setzt dann einen Zigbee Hub voraus. Da gibt es den originalen Philips Hue Zigbee Hub, aber zum Beispiel auch die Produkte von Lidl, die ich hier oben schon mal getestet habe, setzen auf Zigbee und Lidl hat eine eigene Zigbee Bridge herausgebracht, mit der ihr die Produkte dann steuern könnt. Die ist deutlich günstiger als die von Philips Hue. Durch den eigenen Funkstandard habt ihr den Vorteil, dass nicht jedes einzelne Gerät bei euch im WLAN hängt, sondern nur die Bridge selbst einen Internetzugang braucht. Dadurch kommunizieren alle Geräte nur mit der Bridge und die Bridge leitet dann die Befehle über einen Philips Hue Server an euer Handy weiter. Allerdings habt ihr dann nicht wie bei WLAN-Checkdosen das Problem der Reichweite, dass ihr nur auf den Bereich begrenzt seid, in dem ihr WLAN habt, sondern jedes dieser Zigbee Geräte baut ein eigenes Netzwerk auf, das dann als Antenne für das nächste Zigbee Gerät funktioniert. Das führt dann dazu, dass ihr ganz viele Geräte in Reihe schalten könnt und bis zum letzten Punkt bei euch im Garten ein Zigbee Netzwerk aufbauen könnt, nur weil ihr zum Beispiel Lampen in euer Beet gesteckt habt, die dann alle untereinander kommunizieren. Die letzte Lampe im Beet hätte grundsätzlich keinerlei Chance, irgendwie mit der Bridge zu kommunizieren, aber dadurch, dass ihr ein Netzwerk aus verschiedenen Geräten aufgebaut habt, kann diese Verbindung hergestellt werden. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Außerdem ist ein Vorteil davon, dass ihr alles in einer App bündeln könnt. Ihr habt also dann zum Beispiel die Philips Hue App und da ist dann Beleuchtung drin, da sind dann Schalter drin, da sind dann Steckdosen drin, da sind dann Bewegungsmelder drin. Philips Hue selbst ist allerdings dessen Namens wegen dann schon relativ teuer. Es gibt allerdings auch viele Drittanbieter, wie eben die Produkte von Lidl, die einen wirklich guten Job machen und sich alle in der App einbinden lassen. Ein großer Vorteil davon, auf einen namhaften Hersteller zu setzen, ist zum Beispiel auch, dass weitere Hersteller, wie zum Beispiel Bosch mit ihrem Smart Home System, auf die Philips Hue Bridge zugreifen können. Bedeutet, wenn ihr ein Bosch Sicherheitssystem habt, könnt ihr das mit eurer Philips Hue Bridge koppeln und dann eure Beleuchtung aus der Bosch App steuern, um zum Beispiel eine Anwesenheitssimulation zu erzeugen. Das ist in meinen Augen ein großer Vorteil von Philips Hue Produkten und führt im Alltag einfach dazu, dass man direkt weiß, in welcher App man gucken muss, wenn man irgendeine Steckdose sucht und nicht sicher ist, die Steckdose nehmen muss, gucken muss, was steht da für den Hersteller drauf, habe ich die App noch installiert, habe ich sie vielleicht gelöscht, mit welchem Konto habe ich mich da angemeldet, sondern es ist einfach alles gebündelt. Für die Zukunft soll dieses ganze Kuddelmuddel vereinfacht werden. Dafür gibt es den neuen Funkstandard META und mit META sollen sämtliche WLAN-Steckdosen, Zigbee-Steckdosen, alle möglichen Funkstandards vereinheitlicht werden und jedes Gerät mit jedem Hersteller irgendwie kompatibel sein. Das sollte eigentlich in diesem Jahr, in 2023, schon ans Laufen kommen, allerdings kommen die großen Hersteller wie Ikea oder Signify einfach nicht hinterher, ihre Produkte nachzurüsten und deswegen seid ihr bisher auf eine relativ kleine Auswahl, insbesondere von Aquara, beschränkt und die Chance, dass eure bestehenden Geräte nachgerüstet werden können, ist vielfach leider eher gering. Wenn ihr mehr zu META erfahren möchtet, dann packe ich euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung und werde im Rahmen dieser Videoreihe auch dazu noch ein ausführliches Video machen. Fazit Der schnelle und einfache Einstieg funktioniert prima über WLAN-Steckdosen. Die sind günstig, die sind schnell eingerichtet und sie funktionieren im Alltag tadellos. Wer vorhat, ein umfassenderes System aufzubauen und wer nicht sein WLAN mit solchen Einzelgeräten überlasten möchte, der ist bei SIGBI und anderen individuellen Smart Home-Funkstandards sehr gut aufgehoben. Herausgehoben habe ich in diesem Video dann insbesondere Philips Hue, weil Philips Hue einfach der größte und wahrscheinlich bekannteste Hersteller ist, aber auch andere Anbieter wie zum Beispiel Gigaset oder Bosch bieten eigene Funkstandards an, mit denen ihr Steckdosen ansteuern könnt. Bei Gigaset zum Beispiel läuft es über den Telefonstandard DCT und bei Bosch über einen wieder eigenen Funkstandard. Falls ihr sagt, Fernbedienung wäre cool, aber das soll bitte nicht übers Handy und nicht über Alexa laufen, dann könnt ihr zu Infrarot-Steckdosen greifen. Die sind am allereinfachsten eingerichtet und funktionieren für kurze Distanzen auch tadellos. Wenn ihr euch jetzt mal die Produkte genauer anschauen möchtet, dann findet ihr Links zu allen unten in der Videobeschreibung. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für kommende Videos, dann lasst sie mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.